tja obwohl es ja noch zwei wochen hin ist aber bei uns ist jetzt so weihnachtliche stimmung schon angefangen zumindest was die deko betrifft ja es wird hier nicht geheiratet oder sowas nein hier geht es hinein in den advent ach so dass es hier mal für eine gewisse sonja reuteler kannst du mal abspeichern gilt es ein brunnen ja da hinten sehen wir da ich gehe mal näher ran ja da geht es raus bei uns auf dem balkon terrasse kann man nicht mehr sagen in einer dachgeschosswohnung aber alles blitzelt und blickt so dann haben wir hier unseren tisch ich habe zu der frau ja gesagt sie soll unter der glasplatte dann auch super süßigkeiten hinlegen und dann sagte die bleiben ja nicht lange dort deswegen hat sie das sein lassen das ist unter dem glasplatte naja und so eine kleine krippe haben wir auch und dann will ich euch noch mal was zeigen nicht also das sind die keksdosen zwei der schübsche zwei davon sind schon voll hier seht ihr noch so utensilien vom packen ja es riecht auch danach es riecht auch danach jetzt gehen wir mal hier ins wohnzimmer da haben wir dann auch noch was weihnachtliche stimmung oder advent stimmung besser gesagt ja ja es wäre schön wenn andere leute vielleicht auch mal so ein video posten wie es bei ihnen zu hause aussieht was die deko betrifft ja das ist natürlich klar pcs müssen auch an sein ich wünsche euch noch einen schönen tag